ja hallo ich bin es wieder der Tampi mit einer weiteren folge zu Fishing Planet mit meinem Fisch Guide ja diesmal unterwegs in Oregon am Oregano River ne Quatsch Spaß beiseite Oregon am Falcon Lake der Forellensee überhaupt hier im Spiel ja wollen wir schauen was es hier alles so für Arten gibt fangen wir mal klein an oder eigentlich recht zügig was beißen jetzt da ist auch schon der erste Zubbler was haben wir hier der Rotbrust Sonnenfisch was haben wir hier Vielen Dank. Ja, hier vorne vorm Ufer. So, was haben wir hier? Eine Regenbogenforelle. So, am selben Spot sollte auch die Brown Trout, oder halt braune Forelle, den man das eher mit einem Bach-Seibling zu fangen sein. Da ist schon der erste Bild, oh, scheint eine größere Bild zu sein. Eine Herausforderung, immer eine leichte Route hier. So, da ist das wieder eine Regenbogen. Was haben wir hier? Da ist sie, die Fachforelle. Okay. Was haben wir hier? Oder ist sie eine recognition gebetriebe? Okay. der Gap. oh was ist das, sieht nach ein barsch aus, was haben wir hier, den smallmouth bass, was ist das, was ist an einen beher 같아요, Flussabschneider vom Relais Flussabschneider 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 Untertitelung des ZDF, 2020